so und da sind wir schon wieder mit einer weiteren folge kingdom hearts 3 im letzten part wurde leider sehr viel gelabert wir haben einiges erfahren aber lasst uns mal eben schauen was kommt gimme a break okay i told you these things take time gorge is it just me or is this turning into a routine it's coming from you sora huh oh what's this but i don't know how maybe this hurray he picked up huh dale hey chipper i finally got him hurry up chip wow it's about time chip you gotta answer the phone sora or we can't give you updates we got lots and lots of important stuff we want to tell you that's why we asked master yen said to make sure you got this gummy phone we made you so we'd be able to stay in touch with you at all times and it takes pictures oh you finally finished it say with this gummy phone we can talk to each other across worlds in fact i might even try writing my journal on it wow sounds like it's pretty handy guys so what's so important this back when you and riku quested through the sleeping world riku recovered some secret research data that ansem the wise hidden inside you ansem's code we've been working our tails off trying to crack it and see what it says the data has been encrypted so we've only deciphered some of it huh oh i guess we haven't spoken since the castle i'm ienzo alias is here too alias whatever's between you and roxxas it's in the past zora the reason we're here is because you and your friends defeated our nobodies thereby recompleting us we cast off our hearts by choice make no mistake but we didn't know that zemnas or rather xehanort was deceiving us huh zemnas oh he's with them not anymore zemnas and xehanort have no hold over us now we're just students of the heart exactly the same as we were before all of this began right hmm but you know now that i think about it axel's on our side now we have friends we want to bring back to this world just the same as you to do that we have to work together in that spirit sora we found some intriguing data in the bit of code we deciphered is it about me yes in order to piece your memories back together our teacher ansem the wise took a close look at your heart and what he found is that your heart doesn't belong just to you it doesn't gorge you don't seem surprised yeah honestly i suspected as much there's another heart inside mine i think it's roxas's just like namine is still inside kairi's interesting well no one knows your heart better than you to be honest we still have a plethora of questions on our side but the idea has merit it's incredible enough that you and your nobody are able to coexist if you share a heart no wonder someone as remarkable as you caught ansem the wise's eye we'll keep investigating based on your hypothesis i'll be in touch okie dokie we'll give you fellas a ring if there's anything else remember me and chip the guys at radiant garden and king nikki and everybody are never far away and jiminy would you do us a favor teach sora how to use the gummy phone leave it to me i have to find roxas and save him the others are following aqua's heart so i'll follow roxas's heart trust the guidance that your heart gives you sora that's what master yen said said oh that's easy und das gummifone haben wir halten also im endeffekt cool zwar tun haben sie es im spiel reingemacht so gesagt finde ich ganz cool hat mal ein bisschen was erinnert man so ein bisschen das bier feeling und wie gesagt dieses gummifone hat ein paar besondere halten aber das werden wir alles mal so stück für stück angehen und das eigene werte ja man kennt es so eine karte müssen wir eben markieren so wir könnten zwar noch mal in den olympen aber wir gehen einfach mal da ne twilight town weil das ist die neueste welt ist die jetzt gerade aufgetaucht ist ne auch so diese kleinen sachen die hier zu nehmen beikommen die können wir auch nicht bei nun gut jetzt haben wir natürlich den ganzen spass hier noch mal aber ich wollte mir das einfach markiert haben weil ich glaube nicht dass ich das so finde so ja im letzten go ne 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 das ist و es up gegner ja Ich muss hierbei so ein bisschen an Space Riders denken, Leute, so wie sie es sich gerade aufbaut. Ja, guck, da kommen sie von oben. Ja, wir haben schon mal eine richtig geile Note. Ein schönes... Ah ja, das ist doch das. Ja, geschafft würde ich sagen. Abgeschlossen. Ja, das ist die Kallos. Das ist die Kallos. Ja, das ist die Kallos. Ach, wir sind die Kallos. Also, das ist die Kallos. oder noch solche sache die habe ich tatsächlich nie gemacht das scheint es auch nicht so schwer zu sein und zack oh ich kann es nicht so schwer zu sein ich kann es nicht so schwer zu sein also haben wir die Zews so und da sind wir doch schon kurz vor zwei leitern ich muss mich natürlich wieder fürs palabra entschuldigen aber dafür wird es in der nächsten folge würde ich sagen definitiv dann wieder ein bisschen deftiger wir werden vielleicht wieder vorankommen bis dahin wünsche ich euch alles das gute schönen tag auf jeden fall und falls natürlich das ganze gefallen hat könnt ihr gerne leichter lassen falls es noch nicht getan hat aber würde mich freuen bis zum nächsten mal reingau tschau tschau